moin ladies and gentlemen ich darf euch wieder recht herzlich zu einem technik video begrüßen im SAEG bereich und heute wird es ein bisschen interessant denn ihr seht auf dem tisch steht eine ganz normale eunc smr 16 das ist ein iwes seine und diese ist von den internals komplett gemoddet bedeutet es ist ein warhead motor drin 13 einzigier sind drin besserer piston zylinder hat zylinder neptun hop-up kammer und pipapo bedeutet der iwes hat einem ding wirklich sehr viel geld in die hand genommen hat das system schön aufgebaut aber kommt dann zu mir und sagt mensch rieber ich mache jetzt seit zwei wochen fast rum er bekommt das modell nicht ordentlich zum laufen dass es findet bedeutet immer wieder feeling probleme egal welches magazin er verwendet das habe ich zum iwes gesagt weiß was kommt schickt mir doch das modell mal her ich schaue mal drüber schaue ob alles innen drin passt schau mir dann dein aufbau innen drin an und dann check ich mal ob ich die magazine irgendwie zum feeden bekomme so und dementsprechend wird es heute interessant gerade was das thema timing betrifft denn ihr dürft nicht immer davon ausgehen dass sie jetzt einfach sage ich mal ein warhead motor ein 13 1er gear set reinknallt und dann denken ja gut ich stopfe weiter meine ganz normalen midcap magazine da rein mit 0,36 gramm und es funktioniert schon dem ist leider nicht so bedeutet je schneller das system wird desto stärker muss man den fokus auf das timing legen denn da muss wirklich alles perfekt zusammen passen wir müssen dem magazin genügend zeit geben um die kugel nach oben bewegen zu können und je schneller das system wird desto gravierender wird das ganze dementsprechend wie gesagt lasst uns heute ein kleines bisschen über das timing sprechen ich werde den iwes seine smr 16 einmal komplett auseinander nehmen werde mir auch mal sein setup anschauen werde mir innen drin den gearbox aufbau angucken und eben mal gucken wie es mit dem timing aussieht und später dann auch die einstellung neptun hop-up kammer nossellänge von den shims her passt das alles wie sieht es mit der einstellung unten von der neptun aus von diesem ja von diesem feeding röhrchen oder was da einstellen könnt alles einfach mal komplett durch kontrollieren von a bis z und dann schauen wir mal ob wir das ding zum feeding bekommen so ihr seht ebenfalls der iwes hat drei magazine mitgeschickt das ist einmal original e und c midcap magazin dann hier eins da hat er darauf geschrieben begadi das ist aber letztendlich ein sümer mit cap magazin und das hier müssten lohnex sein also hier so ein lohnex 200 schuss ebenfalls mit cap magazin wie gesagt die hat er jetzt mal mitgeschickt und da schauen wir mal ob wir die magazine eben entsprechend mit 0,3 gramm bbs zum feeding bekommen also leute lehnt euch zurück macht euch eventuell ein bierchen auf und los geht's so leute legen wir los die ganze knifte einmal auseinander gekloppt wie gesagt wir werden uns einfach das ganze system schön im detail anschauen was ich jetzt vielleicht gut was ich weniger gut finde und was zu diesen feeding problemen führen kann so der erste punkt wo ich jetzt die gearbox auseinander gebaut habe ja hier ist schon ein kleines bisschen was mit isoband gefixt worden also hier sind anscheinend die kabel nicht sauber verlegt gewesen ebenfalls hier unten kurz vorm kabelschuh ebenfalls ein bisschen isoband rum gut macht jetzt den bock nicht fett ist okay ist sauber isoliert passt soweit so was mich aber stört und was ich niemals machen würde ihr seht dass alle laufflächen hier in der gearbox gerade am pisten ebenfalls alles mit diesem ja mit so einem keramik schmierstoff gefettet wurde und das würde ich niemals machen bedeutet ja ihr könnt für die gears also quasi wo metall auf metall arbeitet da könnt ihr dieses keramik zeug verwenden aber niemals auf irgendwelche laufflächen die gleichzeitig in berührung von den pisten kommen denn hier ein kleiner punkt hier ist jetzt der gesamte piston ebenfalls mit diesem ja mit diesem keramik schmierstoff versüfft und er sammelt sich sogar hier vorne letztendlich an diesen dichtungsgummis denn wenn der piston da innen drin rumläuft und es spritzt ein kleines bisschen das wird der druck aufgebaut dann verteilt sich einfach dieser gesamte schmierstoff ebenfalls einmal im zylinder innen drin und hier wollt ihr aber für die dichtung keinen keramik schmierstoff haben also das finde ich nicht gut seid so gut wenn ihr irgendwie mal eine wartung macht oder wenn ihr euch so ein system aufbaut verwendet dieses keramik diesen keramik schmierstoff egal ob es jetzt von protisch ist oder von begadi oder whatever genauso wie grafit verwendet das wirklich nur an den gears nicht irgendwo an der lauffläche vom vom pisten nicht am pisten hat und auch nicht am zylinder hat vorne hier müsst ihr schauen dass ihr immer irgendwas auf silikonbasis verwendet sei es jetzt silikon öl oder silikon fett so dementsprechend mir ist ja auch im allgemeinen ein bisschen zu viel von diesem schmierstoff drin wie ich auch hier unten könnt ihr vielleicht sehen alles zugeschmiert an der tablet plate die habe ich vorhin übrigens schon mit küchenkreppen ein bisschen sauber gemacht denn die war auch komplett einmal weiß hier hinten alles weiß auch gegenüberliegende seite da hinten könnt ihr sehen die ganze lauffläche alles zugeschmiert mit diesem keramik schmierstoff dementsprechend werde ich jetzt dieses korps die elektronik einmal rausbauen werde die gearbox wie auch die gears und alle komponenten einmal von grund auf reinigen und später dann nochmal neu einschmieren denn wie gesagt hier hängt überall in jedem eck an jeder komponente hängt diese schmierzeug dran finde ich nicht gut also einmal ab zur reinigung mit dem ding so leute grundreinigung abgeschlossen komplette gearbox alle komponenten mit bremsenreiniger gereinigt gesamter piston piston hat auch die ohrringe runtergezogen vorher sauber gemacht denn selbst hier in diesem x ring war das ganze ja dieser ganze keramik schmierstoff letztendlich drin gehangen also war komplett weiß innen drin auch die zähne der piston die lauflächen wie gesagt alles komplett mit bremsenreiniger gereinigt auch den gesamten zylinder einmal gespült innen drin dass er wieder schön glatt ist und komplett frei von irgendwelchen schmierstoffen und eben die gesamte gearbox links wie auch rechts natürlich hier war sogar das müsst ihr euch mal überlegen hier war sogar der safety level und die selector plate war auch komplett geschmiert also letztendlich ja ein bisschen ertränkt im fett muss man sagen so jetzt aber ein wichtiger punkt wenn ihr auch mal eine wartung oder eine reinigung macht und von grund auf mal die gearbox wieder neu aufbaut und ihr habt ein kugellager verbaut zum beispiel in dem fall jetzt sind hier begarde keramikkugel lager verbaut wenn ihr damit bremsenreiniger durchgeht müsst ihr im anschluss alle lager wieder einmal schmieren das sollte euch bewusst sein denn auch der bremsenreiniger wischt natürlich oder zerstört selbstverständlich den schmierfilm in den lagern dementsprechend hier ein öl verwenden am besten so ein sehr dünnflüssige so ein hochgeschwindigkeits schmierstoff auf ptfe basis zum beispiel verwende ich jetzt hier hier also in jedes lager jetzt wieder einen kleinen tropfen von diesem öl reingegeben und dann könnt ihr eben noch mal kurz irgendeinen gear ansetzen und einmal das ganze wieder durch rotieren lassen damit sich eben dieses öl im lager letztendlich einmal ja einmal verteilt damit einfach das gesamte kugellager innen drin wieder ein bisschen geschmiert oder ein bisschen geölt ist und das machen wir wie gesagt das machen wir einfach auf beiden seiten damit eben die lage hier wieder wieder schön sauber laufen und das tun sie definitiv denn das hört gar nicht mehr auf zum drehen so hier auch noch ein bisschen dass ich das öl ein bisschen schön verteilt innen drin und abschließend auch beim unteren noch kurz ein bisschen drehen ja einmal fiffi so öl verteilt und dementsprechend können wir jetzt einfach anfangen die gearbox wieder aufzubauen beziehungsweise zu installieren beginnen wir beginnen wir hier erstmal wieder mit dem core das muss natürlich wieder rein und hier ist mir schon aufgefallen da ist das ganze bereits unterlegt worden bereits hier seht ihr da ist so eine schimmscheibe und auch im hinteren bereich bei dem mikrotaster quasi hier ist auch noch mal so ein ja so ein klebefilm aufgebracht worden zwei zwei lagen letztendlich müssten ja vielleicht ein isoband oder sowas sein das ist in ordnung das werde ich auch exakt 1 zu 1 so drin lassen und einmal übernehmen bedeutet wir setzen mal das core hier einmal rein und dann können wir uns das eben gleich mal anschauen ob das hier mit der höhe mit dem lager einmal hinhaut das sieht gut aus wir könnten vielleicht sogar noch mal wir könnten sogar noch mal eine lage höher gehen weil hier seht ihr vielleicht bei e und c das kugellager sitzt nicht komplett einmal bündig bedeutet es steht hier bereits ein bisschen raus wir können uns auch mal ganz ganz genau anschauen messen wir mal die höhe 0,45 mm versatz drin bedeutet wir müssen schon mit dem core oder mit der elektronik ebenfalls 0,45 höher damit es von der höhe wieder passt so und ob da diese zwei lagen ausreichen mag ich zu bezweifeln ich mache jetzt einfach noch mal eine lage am isoband unten noch mit drauf so dann schauen wir uns mal die komponenten so weit an ob die so weit passen hier einmal zylinder ist glaube ich der original e und c zylinder begadi zylinder hat ist drin zwei ohrringe der sitzt sauber drin der könnte vielleicht sogar in diesem e und c zylinder da könnte vielleicht sogar noch mal ein bisschen straffer drin sitzen naja ja der wackelt ein kleines bisschen minimalst dann wisst ihr was wenn wir das ding jetzt eh schon offen haben ziehen wir uns da noch eine lage ptfe band außen rum damit er noch ein kleines bisschen straffer drin sitzt was ist denn das für ein innendurchmesser vom zylinder das müsste eigentlich ein standard sein oder ist der ein bisschen größer schauen wir mal kurz nö das passt also standard 23,8 nö das passt also standard 23,8 aber wie gesagt der könnte der sitzt zwar sauber drin und dichtet auch gut ab aber er könnte einfach noch ein bisschen schöner geführt werden finde ich dann kann hier doch ein bisschen kleines bisschen hoch und runter wackeln wenn du das sehen könnt dementsprechend ich zieh da noch mal ich zieh da noch mal eine lage ptfe band außen rum damit er noch ein kleines bisschen straffer drin sitzt macht jetzt zwar vom feeding her wahrscheinlich den bock nicht fett aber auf nummer sicher gehen wir definitiv so dann einmal begadi piston habt ihr gerade schon gesehen einmal sauber gemacht axiallager innen drin ist korrekt verbaut so wie es aussieht piston hat ist auch alles sauber korrekt verbaut die ohrringe sind sauber und der x-ring passt auch wunderbar zu dem original ja zu diesem original zylinder okay so dann würde ich sagen wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen ptfe band auch noch außen rum und dann fetten wir das ganze system einmal neu ein so eine lage ptfe band außen rum gezogen das werden wir jetzt dann natürlich gleich noch ein kleines bisschen ein kleines bisschen kürzen beziehungsweise abschneiden das pinseln wir hier erstmal kleines bisschen silikon fett außen drauf auf das ptfe band damit das schon mal ein kleines bisschen geschmiert ist und dann pressen wir uns diesen einmal in den zylinder rein beziehungsweise das müssen wahrscheinlich ein bisschen drehen damit das band nicht runter ziehen ja jetzt geht's straff jetzt passt das ding aber sauber rein so bisschen noch jetzt sitzt er ganz drin okay jetzt sitzt er sauber drin und den rest schneiden wir letztendlich mit dem skalpell einmal außen rum ab okay so zylinder hat jetzt einmal drin bohrung ist ja bohrung ist auf der seite könnte man vielleicht noch ein kleines bisschen ausrichten drehen wir es noch ein bisschen noch ein kleines stück jetzt da okay so dann können wir ebenfalls den zylinder innen drin ein kleines bisschen schmieren hier könnt ihr hier könnt ihr entweder silikon öl oder silikon fett verwenden ich nehme jetzt einfach mal fett in dem fall kleines bisschen was rein in den zylinder und dann schön mit dem finger innen drin verteilen so brauchen wir nochmal ein kleines bisschen was damit einfach ein schöner ja ein schöner fett film innen drin auf der zylinder wandung drauf ist letztendlich nicht zu viel ihr müsst immer überlegen gerade bei öl wenn ihr öl verwendet wenn der piston hat bei den ersten schuss das ganze komprimiert und ihr habt hier zu viel drin dann spritzt euch das ganze zeug in eure hop-up kammer über die nozzle rein also nicht zu viel fett und nicht zu viel öl im zylinder verwenden so ein kleines bisschen noch ausreichend okay so dann kann man auch den piston hat wieder neu einschmieren denn wie gesagt auch hier habe ich die ohrringe ein kleines bisschen gereinigt gehabt nehmen wir hier ein kleines bisschen was so ein bisschen was auf dem gummi drauf ausreichend und dann können wir den hier gleich mal ein bisschen hin und her schieben damit sich ebenfalls der fett film einmal aufbaut und ihr seht die kompression die kompression ist zu 100 prozent gegeben also dichtet sofort ab sobald die volumenreduzierung letztendlich kommt das ist in ordnung und dichtet auch zu 100 prozent ab bedeutet wenn ich hier vorne zu halte und rein quetschen rein knölle hier absolut kein druckverlust letztendlich vorhanden was wir auch gleich einpinseln können mit ein bisschen fett ist einmal vorne der stutzen wo die nozzle drauf kommt bedeutet hier ein kleines bisschen fett drauf silikon und ebenfalls in die nozzle auf diese beiden ohrringe auch hier müsst ihr ein bisschen aufpassen nicht zu viel rein denn wie gesagt alles was zu viel ist sabbert euch später in die hop-up kammer rein so dann mal die nozzle drauf bisschen drehen und gucken dass diese schön ja nicht zu nicht zu straff läuft aber auch nicht zu leichtgängig sie sollte natürlich hier auch nicht unheimlich viel spiel letztendlich auf dem zylinder hat haben so und hier in der knüfte ist eine 21,00 mm nozzle drin verbaut und das müssen wir jetzt uns dann gleich mal anschauen ob das mit der neptuneinstellung in der knüfte hinhaut oder ob wir hier gegebenenfalls die neptune nachschimmeln müssen also nozzle ist drauf ist auch komplett in schussposition gespannt minimal spiel über die tablet plate vorhanden seht ihr vielleicht die tablet plate kann ein kleines bisschen nachgeben es ist aber nicht so wild so und jetzt einmal die neptune hier habe ich das ganze bereits mit schraubensicherung ein kleines bisschen gesichert das werde ich euch gleich noch einen kleinen tipp mit auf den weg geben so hier ist ebenfalls dieses expert kit verbaut bedeutet hier dieser ring der passend zu dieser gearbox letztendlich ist da können wir uns auch mal ganz kurz bei e und c den durchmesser vielleicht mal raus messen was hier verbaut wurde schauen wir mal geschwind 11,4 11,4 mm bedeutet letztendlich müsste der durchmesser dann 11,5 haben so und shims sind jetzt hier drauf lasst mich auch das nachmessen 0,4 bedeutet zwei shimscheiben bei einer nozzle länge von 21 mm das sollte in ordnung gehen und hier jetzt mein kleiner tipp bei der neptune wenn selbst hier ist es mir jetzt aufgefallen dass bei diesem expert kit im regelfall wenn ihr die gearbox zusammenschraubt dann wird dieser ring hier vorne wird normalerweise geklemmt bedeutet er kann euch nicht mehr wegfallen jetzt ist es aber bei der knifte der fall dass der ring hier immer noch ungefähr ein zehntelchen oder einen kleinen hauch luft hat bedeutet er kann euch ebenfalls runter rutschen wenn ihr die perfekte einstellung beziehungsweise das perfekte shimming für eure knifte gefunden habt dann macht ihr einfach hier hinten auf diesen ring einen kleinen tropfen schraubensicherung drauf einfach so eine blaue schraubensicherung einen ganz kleinen tropfen und dann schiebt ihr diesen letztendlich hier wieder einmal rein und dadurch ja fällt euch dieser ring nicht runter ihr bekommt ihn aber immer noch problemlos mit dem schlitzschraubendreher wieder raus gezogen da die schraubensicherung natürlich nicht jetzt so krass ist wie ein sekundenkleber also wie gesagt wenn euch das irgendwie auf den zeiger geht dass wenn ihr die knifte auseinander zieht und euch der ring da runter fällt einen kleinen tropfen schraubensicherung erhält es wunderbar zusammen so und hier eben einer 20 mm nozzle mit zwei schimmscheiben und das bucking müsste lass mich mal reingucken das müssten fly 5 sein so schauen wir uns das ganze mal an schieben uns das ganze mal drauf so hier sind wir jetzt bereits am bucking und wir haben immer noch ein bisschen luft da könnte man da könnte man sogar nochmal schim drauf machen ne aber das sieht gut aus kleines bisschen widerstand drauf kleines bisschen druck gegen die lippe letztendlich vom bucking das sollte absolut in ordnung sein also 21 mm nozzle mit zwei schimmscheiben so und jetzt eben der punkt der punkt müssen wir uns ebenfalls anschauen wie sieht es denn vom aufmachen her aus beziehungsweise wie ist es denn vom feeding wenn die kugel hier unten vom magazin reingedrückt wird hierzu nehmen uns jetzt einfach mal eine bb her welche ist wurscht fahren die tablet plate einmal nach hinten also so quasi als wäre sie im aufgezogenen zustand setzen hier vorne die hop-up kammer an so gerade wie möglich drücken und sie ganz leicht gegen die gearbox und lassen hier einmal eine bb reinfallen so und diese muss natürlich vollständig durchfallen das könnt ihr sehen fällt sauber durch bleibt nicht irgendwie an der nozzle hängen und wird dann letztendlich über die nozzle vorne ins bucking reingedrückt beziehungsweise reingepresst also das sollte mit dieser nozzle länge vollkommen in ordnung sein wie gesagt wäre jetzt die kugel nicht ganz runter gefallen und wäre an der nozzle hängen geblieben dann ist die nozzle zu lang oder ihr müsst nochmal eine schimmscheibe mehr aufbringen wie gesagt das lässt sich bei dieser neptun ja alles wunderbar einstellen einfach nochmal eine schirme mehr drauf und fertig da muss man eben je nach nozzle länge oder je nach modell kann man hier mit diesen schirms oder muss man mit diesen schirms ein bisschen spielen aber ist ja gut dementsprechend auch zu den meisten oder fast allen modellen problemlos kompatibel egal ob da jetzt eine 21 5er drin ist oder eine 21er nozzle kann man einfach sauber schimmen finde ich klasse einfach so wie gesagt 120 mm nozzle das sollte nicht definitiv nicht unser problem vom feeding sein sondern wie vorhin vielleicht schon kurz angesprochen das problem liegt letztendlich am timing kommen wir nun also zum hauptthema dieses videos und hier geht es einfach um das thema timing gerade die aktuellen kombinationen immer wieder probleme feeding probleme midcap magazine 13 1er gear setterin 11 1er akku und warhead motor und da gibt es einfach bei sehr sehr viel knifften auch mit unterschiedlichen midcap magazinen je nach kugelgewicht gibt es einfach immer wieder feeding probleme und das nervt einfach dementsprechend möchte ich euch heute mal zeigen wie ihr einfach das system anpasst und optimiert damit es auch mit so einer hohen geschwindigkeit vom feeding her hinhaut so ihr seht also hier ist in dieser kniffte dieses silver line gear set drin verbaut 13 zu 1 und warhead base 27k und das ist einfach eine wunderschöne kombination aber dennoch wie ganz am anfang schon angesprochen wenn einfach euer midcap magazin von der feder sehr schlaff ist und einfach den kugelstrang innen drin zu langsam bewegt dann kann es einfach sehr schnell zu feeding problemen kommen dann sage ich mal dann funktioniert von mir aus 0,2 gramm packt ihr aber dann 0,3 gramm bbs rein ja dann habt ihr alle zwei drei schuss vielleicht einen leerschuss und das könnt ihr eben mit einer anpassung des timings verbessern wie gesagt das ganze wirklich nur interessant oder nur wichtig wenn man einfach solche schnellen systeme hat so und ihr seht letztendlich habe das ganze gelöst beziehungsweise umgesetzt über einen delayer beziehungsweise einen sector gear clip bedeutet standardmäßig habt ihr bei den silver line gears hier so einen steuernocken drauf der hat 5 mm und hier einmal die achse unten hat einen durchmesser von 4 mm so jetzt ist mir aber aufgefallen vom timing her wenn man das mal durchgespielt hat den zyklus und die gears gedreht hat dann ist die taper blade voll aufgezogen worden der radius bis unter der nocken lief hier kurzzeitig rein und lief aber sehr schnell hier wieder in diese kante von der flosse hinten rein bedeutet kürze zeit danach ist die taper blade bereits wieder einen millimeter nach vorne gefahren und hat dann aber wiederum natürlich den kugelkanal vorne bei der hop-up kammer verstopft bedeutet die nächste kugel konnte hier überhaupt nicht nachrutschen dementsprechend jetzt einfach hergegangen und selbst so einen delayer clip oder so ein sector gear clip für diese silver line gears einmal umgebaut oder gebastelt dann nehmt ihr letztendlich einfach nur eine alte selector plate her oder eine alte tablet plate her oder irgendein kunststoffteil und dann messt ihr einfach nur den mittelpunkt von der welle zum mittelpunkt von eurem steuernocken messt die breite von dem steuernocken messt letztendlich die breite von der achse letztendlich und bohrt zwei löcher rein in meinem fall war das jetzt im hinteren bereich eine 4 mm bohrung dann hatte ich hier einen abstand von 6,8 mm und bin dann letztendlich hier mit dem 5er bohrer rein bedeutet ich hatte schon mal die arretierung von diesen beiden löchern dann bin ich letztendlich mit dem skalpel hergegangen habe mir einfach so ein dreieck aus diesem kunststoff dann rausgeschnitten das ganze einmal aufgeklebt auf das sector gear bedeutet erstmal sauber gemacht mit bremsenreiniger damit hier natürlich keine fett rückstände oder irgendwas vorhanden ist ein zwei tropfen sekunden kleber schön fest drauf geklebt und circa eine stunde später bin ich dann mit dem drehmel und mit dem fräsaufsatz hergegangen mit so einem kleinen und bin dann hier sauber über diese kanten einmal drüber gefahren damit ich mein Delayer letztendlich sauber vom Timing zu dieser Tablet Plate anpassen konnte und abschließend das ganze noch mit so einer ganz feinen Schlosserpfeile sauber entgradet und schön glatt gefeilt das ganze so und wenn wir uns jetzt den Zyklus jetzt anschauen mit diesem Delayer dann hat einfach die Nozzle oder ist die Tablet Plate deutlich länger in der hinteren Position bedeutet die BB hat einfach mehr Zeit um nachrutschen zu können schauen wir es uns also mal an so ungefähr in dieser Stellung hier greift unten bereits der der Nocken bedeutet in diesem Punkt hier ist der Zyklus bereits abgeschlossen und dieses Core bremst den Motor ab bedeutet wir liegen dann ungefähr hier bei einem abgeschlossenen Zyklus so der Zyklus beginnt wir fahren hier direkt mit dem Delayer oder mit diesem Kunststoffteil jetzt in die Tablet Plate rein und die Tablet Plate wird jetzt einfach direkt nach hinten gezogen so und jetzt könnt ihr sehen dass wir bereits hier bereits in der hintersten Position sind bedeutet jetzt kann bereits die nächste Kugel nachrutschen so wir drehen also weiter wir drehen weiter wir kontrollieren auch immer dass auf der Tablet Plate nicht zu viel Spannung drauf ist bedeutet würde hier zu viel Spannung aufs Material drauf kommen dann könnte es passieren dass euch die Tablet Plate hier einmal innen drin abreißt also hier muss ja sie muss vollständig hinten sein darf aber auch nicht zu viel Zug haben wenn sie zu viel Zug hat dann müsste im äußeren Radius hier noch ein kleines bisschen Material abtragen ist aber jetzt in diesem in diesem ist sie nicht der Fall so wir drehen also weiter und ihr seht ist immer noch offen ist immer noch offen ist immer noch offen immer noch immer noch immer noch und erst jetzt da fängt die Tablet Plate langsam an zu schließen bedeutet wir haben das Timing deutlich verlängert ebenfalls seht ihr vielleicht dass die Flosse unten ebenfalls ein kleines bisschen angepasst wurde bedeutet hier habe ich die Flosse um drei Millimeter einmal leicht im Winkel gekürzt und vorne einmal abgerundet denn natürlich jetzt wird der Pisten aufgezogen wir schauen uns weiterhin das Timing an die Tablet Plate fährt weiter vor fährt weiter vor sondern hier eben jetzt wichtig ihr seht wir greifen hier oben letztendlich nur noch mit drei Zähnen vom Sektor Gear in den Pisten rein jetzt müssen wir natürlich schauen dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt die Tablet Plate so schnell wie möglich nach vorne bekommen denn natürlich die muss vorne sein bevor der Pisten löst dementsprechend eben hier drei Millimeter gekürzt wir drehen noch ein bisschen weiter und eben jetzt ist die Tablet Plate wartet mal noch ein bisschen zurück wo schließt sie so schließt sie in diesem Punkt ist die Tablet Plate vollständig geschlossen vorne hier seht ihr jetzt läuft dieser Winkel eben in den Delayer einmal rein und wir sind hier oben immer noch in zwei Zähnen vom Pisten drin bedeutet wir drehen weiter wir drehen weiter und hier letztendlich löst sich jetzt unser Pisten und beschleunigt unsere BB also hier letztendlich über einen eigenkonstruierten Delayer oder Verzögerer am Sektor Gear das Timing für die BB einfach erhöht es gibt diese Delayer gibt es auch von Syma zum Beispiel von Begadi die müsst ihr nur minimals anpassen dann passen sie auch bei den Silver Line Gears rein die sind aber mittlerweile schon seit ich glaube einen Monat oder zwei Monate leider nicht mehr verfügbar sonst hätte ich mir da auch schon längst mal welche gekauft habe ich wie gesagt nicht und dementsprechend darauf zurückgreifen müssen hier ein kleines bisschen zu basteln wenn ihr ein Dremel zu Hause habt wie gesagt mit einem kleinen Fräsaufsatz oder kleine Pfeilen zu Hause habt dann habt ihr so ein Delayer sag ich mal in einer Viertelstunde ist das Ding runtergefeilt und letztendlich bearbeitet ist also wer sich ein kleines bisschen auskennt meiner Meinung nach kein Problem wer hier keine Ahnung hat was da vor sich geht in so einer Gearbox und nicht genau weiß wie das mit dem Timing jetzt alles erklärt wurde der sollte meiner Meinung nach lieber die Finger weglassen denn wenn ihr hier ein bisschen was vom Winkel oder vom Radius verpfuscht dann kann das auch zu Schaden führen entweder von euren Gears oder von eurer Tablet Plate also hier wie gesagt ein bisschen ein bisschen aufpassen wer natürlich einen 3D Drucker zu Hause hat und sehr fein drucken kann der kann sich natürlich so ein Delayer auch gerne letztendlich 3D drucken bin ich aber kein Fan davon ihr wisst ja ich habe so so einen Resin Drucker also so einen Kunstharz Drucker und da ist das Material was ich habe ist einfach nicht nicht hart genug also das ist sehr sehr schnell brüchig obwohl es mit UV Licht gehärtet wurde würde ich also davon abraten dann nehmt ihr lieber so einen ja so ein Polyamid Kunststoff von so einer Tablet Plate bietet sich einfach an und ja feilt und dremelt euch einfach da so einen kleinen Delayer letztendlich zurecht und wie gesagt mit Sekundenkleber aufgeklebt Polyamid Kunststoff der geht euch definitiv nicht kaputt ok Leute das soll es gewesen sein wie gesagt wichtiges Thema heute Delayer Timing gerade bei 13 zu 1 mit einem Warhead Motor und Midcap Magazinen gut Leute somit wird der Lower Receive von der Gearbox wieder zusammengebaut wie gesagt rein vom Setup habe ich jetzt zum Nix großartig geändert auch Shimming habe ich gleich gelassen war schön eingeschimpt Kabelverlegung Warhead Motor Core ist ein bisschen grausam wieder muss man wieder aufpassen dass man mit beiden Kabel nach hinten hoch geht schön in die Führung reinlegt dann mit ja mit dem schwarzen quasi runter oder vor geht und mit dem roten hinten drauf geht ist ein bisschen war noch nie sonderlich schön bei diesem HK4 16 Pistolen Griff also sehr sehr wurstig die Kabel da drin zu verlegen aber gut alles wieder zusammen sauber geschmiert nochmal alles Schimmung wie gesagt kontrolliert und bevor wir das alles jetzt final zusammenbauen und die ersten Schüsse mal durchs chrono jagen hören wir uns jetzt erstmal die Motoreinstellung an und das Shimming bedeutet wir klatschen da jetzt einfach mal kurz den Akku ran hier der der 11.1 1500 und dann schauen wir mal ob das System soweit einmal läuft Sicherung Sicherung funktioniert auch sehr knapp eingestellt das ist so ein was ist denn das ein Begadi Speed Trigger Begadi Speed Trigger aber letztendlich über die ja über die kleine Schraube eingestellt was bei der Gen 4 Standard ist oder schon bei der Gen 3 letztendlich ok so dann schauen wir mal auch sich gut aus ok läuft Einwand Fifi also Warhead 720K Bass Begadi Core 13.1 Silver Line Gear Set und eben jetzt nochmal mit einem Delayer Clip einmal aufgebracht ok läuft das sieht gut aus jetzt würde ich sagen wir hauen jetzt die Knüfte mal zusammen und dann klatschen wir mal mit jedem Magazin was der iWes jetzt mitgeschickt hat hauen wir einfach mal vielleicht keine Ahnung mal 20, 30, 40 Schuss das Krono durch mit 0,32 Gramm BBs und dann schauen wir mal ob das mit dem Delayer ausreichend ist oder ob wir gegebenenfalls bei den Magazinen auch die Feder noch ein bisschen vorspannen müssen wie gesagt werden wir uns jetzt einmal im Anschluss ansehen Feeding und Krono Test SMR16 vom iWes mit dem E&C Magazin und 0,3 Gramm anschließend das ganze nochmal aber diesmal mit dem Lonex Midcap Magazin ebenfalls 0,3 Gramm Lonex hat Feeding Probleme und dann nochmal die SMR16 diesmal der Krono Test mit dem Begadi Magazin beziehungsweise Sümer Midcap Magazin Magazin leer. Gut Leute, das soll es für heute gewesen sein. Kleines, kompaktes Technikvideo in Bezug auf Timing, Anpassung oder Feedingprobleme bei sehr schnellen Systemen. So, lasst uns nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ein Punkt dürft ihr niemals außer Acht lassen. Ihr könnt niemals davon ausgehen, jetzt einfach einen Warhead-Motor reinzuballern, ein 13er 1er Gear Set und dann davon auszugehen, ja, das läuft dann, das System. Nein, das ist nicht so. Bedeutet, je schneller das System wird, je schneller der Zyklus wird, desto mehr Augenmerk müsst ihr auf das Thema Timing legen. Das kommt einfach sehr häufig vor, dass Leute dann einfach ein super schnelles System bauen, von mir aus mit 35, 40 Millisekunden Zyklenzeit. Ja, und dann wundern sie sich, dass die Magazine nicht mehr funktionieren. Also hier aufpassen, wie gesagt, wenn es so schnell geht, achtet darauf, vielleicht einen Delayer einzubauen. Schaut euch das Timing von der Tablet Plate an, schaut euch den Steuernocken vom Sektor Gear an, kontrolliert die Nossellänge. Es muss einfach alles perfekt zueinander passen, damit die Kniften sauber fieden können. Und hier ist es dann eben auch wichtig, dass auch die Magazine sauber funktionieren. Und hier habt ihr jetzt gerade im Chrono-Test gesehen, wie gesagt, mit dem Timing von der Tablet Plate sind wir jetzt auf Maximum. Bedeutet, wir können vom System selbst die Tablet Plate nicht mehr noch länger zurückhalten. Andernfalls würde die immer noch hinten sein, wenn der Pisten löst. Also hier können wir nichts mehr rausholen. Dementsprechend funktioniert jetzt zum Beispiel dieses Begadi bzw. Syma Midcap Magazin. Funktioniert super, habt ihr im Chrono gesehen. Auch das Original E&C Midcap Magazin funktioniert super mit 0,3 Gramm. Und ich habe auch von mir mal noch ein paar Magazine getestet. PTS funktioniert super, G&G funktioniert super. Nur das Lonex Magazin, was er mitgeschickt hat, der IWS 200 Schuss, das funktioniert nicht. Bedeutet, hier fiedet nur jeder zweite Schuss. So, und jetzt bin ich auch mal hergegangen, habe in jedes dieser drei Magazine mal einen Speedloader reingedrückt, also circa 90 BBs und habe dann mal mit einem Bit von oben getestet, wie stark oder wie hoch ist denn der Zug oder der Druck von der Feder innen drin. Und er ist bei den beiden Midcaps nahezu identisch. Bei dem Lonex ist er sehr schwach, muss ich sagen. Bedeutet, hier bewegt sich der Kugelstrang sehr, sehr langsam. Und dementsprechend gibt es hier eben Feeding-Probleme. Jetzt noch weiter irgendwie zu versuchen, mit Ach und Krach irgendwie das hinzubekommen, dass das Magazin auch funktioniert, sehe ich als nicht zielführend an. Bedeutet, man sollte einfach jetzt froh sein, dass die zum größten Teil die Magazine funktionieren. Und wenn halt jetzt mal ein Hersteller nicht funktioniert, dann ist dem halt leider so. Bedeutet, man könnte jetzt zum Beispiel bei dem Lonex Magazin noch hergehen und könnte innen drin die Feder noch ein kleines bisschen vorspannen, sage ich mal um vielleicht 50 mm, also 5 cm, damit einfach der Kugelstrang ein bisschen schneller wird. Wie gesagt, hier einfach für euch immer zu beachten, nicht immer davon ausgehen, einfach alles reinzuballern und das funktioniert dann. So ist es nicht. Bedeutet, man muss ein bisschen Erfahrung haben, man muss wissen, wie läuft so ein Zyklus ab und wie gut sind meine Magazine letztendlich. So, auch nochmal ganz kurz ein Punkt für euch. Natürlich, ihr könnt natürlich auch den Fall haben, nehmen wir mal an, ihr habt da ein Magazin, testet dann von mir aus mit 0,2 g, funktioniert super. Dann geht ihr aufs Feld, packt euch nur 32 g BBs rein, dann funktioniert es nicht mehr. Bedeutet auch wieder zu beachten, die Midcap Magazine, je schwerer die BBs werden, desto mehr Zug braucht die Fede, um den Kugelstrang innen drin bewegen zu können. Ist die Fede zu schwach, dann bewegt sich auch der ganze Kugelstrang letztendlich zu langsam und auch dann kann es zu Feeding-Problemen kommen. Also hier muss einfach alles super zueinander passen. Und ihr werdet es auch im Anschluss im nächsten Video dann sehen, denn ich habe parallel auch eine BC9 Competition da. Auch hier kommt ein 13-1er Gearset rein, aber da kommt kein Warhead-Motor rein, sondern da kommt der sehr gute Mamba 19K rein, ein Bürstenmotor. Natürlich, die wird wahrscheinlich vom Zyklus vielleicht 5-6 Millisekunden langsamer sein, aber die feedet dafür deutlich, deutlich besser. Also wie gesagt, ob man immer so super schnell gehen muss mit den Motoren, mit den Warheads, mit 13-1, weiß ich nicht. Kann auch, kann häufig auch zu Feeding-Problemen führen. Dementsprechend vielleicht nur für Leute geeignet, die wirklich Ahnung haben und wissen, was sie tun da innen drin. So Leute, wollt ihr jetzt zu diesem Technik-Video noch irgendetwas ergänzen? Habe ich was falsch angesprochen? Wollt ihr irgendwas korrigieren? Habt ihr weitere Fragen? Ihr wisst Bescheid, klatscht einfach alles unten einmal ins Kommentarfeld rein. Und wenn euch das Video gefallen hat und vielleicht geholfen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon da lassen. Ich würde mich immer mega darüber freuen. Und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Und dann geht's gut. Vielen Dank.